So, naja dann müssen wir wohl weiter. Wir ziehen das jetzt erstmal durch. Hallo nochmal, genau. Also, wir gehen jetzt erstmal, wenn wir es nicht schaffen und sterben von Wölfen oder ähnlichem. Oh, okay. Ich dachte es mir fast. Leute, 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 ich bin echt so wahnsinnig. Es wird langsam dunkel, das ist auch schlecht. Aber eventuell müssen wir uns eine ganz andere Strategie ausdenken. Oh nein. Müssen wir sowieso, weil der bringt uns jetzt um. Wir haben nichts. Ja, hallo? Das schaffen wir auf keinen Fall. Wir versuchen mal zurück in den Wagen zu kommen. Okay, wir haben ihn abgehängt. Dann ziehen wir uns in den Wagen zurück und machen da mal eine kleine Pause, ohne was zu essen. Ein bisschen, habe ich einen Schlafsack? Ich habe nicht mehr einen Schlafsack, oder? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, ja, ja. Hunger hast du? Warte mal. Da muss es hochgehen. Na? Ein kleiner Zug. Der ist in die Richtung. Da ist er. Das heißt, wir müssen da hochgehen und finden dort diese Hütte. Oder der Wolf uns. Das könnte, naja, so eine Art Rettung sein. Was soll nochmal die Schnecke da oben? Das weiß ich gar nicht. Die Schnecke da oben speichert er jetzt? Ne, komm. Sag mir nicht, dass es... Aha. Na, super. Da kommt er da runter, ohne zu stürzen. Gehen wir langsam. Muss doch hier irgendwo sein. Ich bin ganz nah. Du bist zu dicht. Ähm, nein. Ich, ähm... Okay. Wie heißt das Ding? Aussichtsturm. Ja, den sollte man doch... ...sehen. Komm, gib mir doch irgendein neue Landmark. Bitte. Ich hab hier schon wieder Gebäude gesehen, die keine sind. Aber hier ist ja Zivilisation gewesen. Ich mein, die haben... Ich mein, die Bäume sind ja nicht so umgekippt. Na? Aber... Wo ist der Aussichtsturm? Ich hab jetzt eher schlechte Hoffnung. Ist das ein Schild? Ist das ein Schild? Das bringt mir eine neue Landmark. Wie ich die Fachbegriffe kenne. Unglaublich. Es wird dunkel. Da hab ich gar keine Lust drauf. Da ist... Oh, nee. Nee, kein Wolf jetzt. Ich bin tot. Okay. Ja, 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 ja. Ich hab nichts. Ich bin eigentlich ganz tot. Aha, Eisenbahnladeplatz. Wo ist der? Eckleisterzug. Wo ist denn der Eisenbahnladeplatz? Ich bin so doof. Wie komm ich denn da hin? Da wollte ich doch nicht hin. Du musst das Blutlust verhören. Nein. Ich hab nichts. Nichts. Ich werde einfach so sterben. Wenn jetzt einfach mal... Ach so, das ist die Lok. Ach, ich bin schon wieder im Kreis gelaufen. Ich will das nicht. Das war sogar der Wolf von eben. Ich glaub, ich sterb jetzt einfach. Mal wieder. Ja, sei ruhig. Mir wurde gesagt, da gibt es Medikamente. Ja, 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 ja. Ähm, da ist sie. Äh, hallo? Da. Ja, ich hab Hunger. Aber zu trinken hab ich genug, wie immer. Oh, Mann. Ja. Jetzt lass mich in Ruhe. Der Onkel Felljäger hat mir ja nix mitgegeben. Hm. Wird das jetzt so ein Trial and Error-Ding? Ja, das geht aber nicht. Eisenbahnbrücke. Wo ist die? Äh, Eisenbahn-Ladeplatz. Und da ist die Brücke. Ich brauche ein bisschen Förster-Aid. Ja. Jetzt lass mich in Ruhe. Schrei mich nicht an. Ich brauch erst mal ein Hütchen. Und da ist ein Hütchen. Und ein Auto. Und überhaupt ganz viel. Hat das jetzt gereicht? Ich werde es jetzt nicht mehr verletzen. Ja. Jetzt bin ich jetzt nicht mehr so... I'm gonna bleed out soon. Sei mal ruhig jetzt. Ich stelle ihn her und sterbe dann. So und jetzt müde, kalt. Ich würde sagen, er kommt nicht sterben. Oh, damn, that's smart. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Was genau willst du jetzt? Okay, mir geht's mir noch nicht besser. Leute, was soll ich denn machen? Wie komme ich raus? Ich sehe doch so überhaupt nichts. Kann ich mal schlafen? Wieso ist es jetzt dunkel? Ich habe doch gar nichts gemacht. Wie wäre es mit sterben? Ich sehe nichts. Super. Dann stirb doch endlich. Es ist ein bisschen deprimierend, weil ich nichts. Wir haben es eigentlich geschafft, aber... Okay. Ach, dann stirb doch endlich. Hallo. Ich breche dann mal hier ab. Das ist Quatsch, weil ich sehe nichts, ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal warten. Oder warte mal. Kann ich warten? Warten. Geht doch. Ach, Gott sei Dank. So. Bis eins mit dem langen, dunklen irgendwas. Fünf Uhr Tee. Checkpoint neu laden. Lass es bitte die Hülte sein, weil, ne? Hülte verlassen. Alles klar. So. Was haben wir? Wir müssen ganz anders vorgehen. Um allen Dingen müssen wir diesmal richtig vorgehen. Den kriegen wir nicht wach. Was passiert jetzt, wenn wir es hier durchsuchen? Ja. Super. Okay. Und? Option. Nein. Nein. Verlassen. Okay. Und Wintermute. Laden. Nein. Nein. Zurück. Fortsetzen. Jetzt. Oh nein. Ich will doch nicht. Optionen. Nee. Verlassen. Ja. Also. Einfach nochmal neu und wir. Alles wieder von vorne. Mann. Aber ohne Intro. Ohne das. Bitte verlassen. Machen wir gleich. Und. Wissen hier ist nichts. Beeilen uns einfach furchtbar. Das tut mir leid, aber. Warum ist das immer so schwierig? Wie ist das mit der Karte? Haben wir da irgendwas? Nein. Okay. 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 Wir rennen weiter. Ich bin ein wenig frustriert, weil, naja, mal wieder eineinhalb Folgen für den Hintern waren. Und ob das jetzt richtig ist. Ach. Wir gehen einfach mal geradeaus. Vielleicht finden wir ja irgendwas Neues. Zweig brauchen wir nicht. Stock nehmen wir. Aber wir haben keine Zeit. Stein. Kohle. Stein. Waffe. Stein. Hm. Letzterweise spawnen die Steine in der Nähe von Hasen. Ihr kennt das, ne? Evolution. Genau. Ja, klar. Das heißt also, die Evolution, Gott hat also den Hasen und den Stein kreiert, damit wir die Krone der Schöpfung mit Steinen auf Hasen werfen dürfen. Boah, hab ich Stein. Ja. Und Rinde. Das ist Zunder. Brennt auch wieder. Wie dieser Sprichwörtliche. Das reicht's. Das Tolle an den Stein ist ja, wenn man sie geworfen hat, dann kann man sie wieder aufheben und ha ha. Also, mir ist das hier jetzt noch ein bisschen wenig am Händchen genommen, weil, naja, wir haben eine Karte. Ach komm jetzt. Solange wir nichts gegen den Wolf haben. Jetzt träg dich nicht auf. Komm. Da ist wieder Musik, aber keine Örtlichkeit. Wir schwenken mal ein bisschen nach rechts, da müssen wir doch eigentlich hin. Wir müssen irgendwie an dem Wolf vorbeikommen, der ist wahrscheinlich immer da. Indem wir ihn mit diesem schönen Häschen ablenken, das ich da eben gesehen habe. Das ist ein, wie soll ich sagen, ein besinnungsloser, der auf eine Haltung von uns hofft. Nee. Komm. 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 Komm einmal. Na super. Oh Gott. Sag mal. Ich bin so weit davon entfernt, auf diesen Hasen werfen zu können. Ich komme mir vor, ich sehe so ein... Ja. 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 Jetzt könnte ich auch mal sehen. Ey. Hör auf. Ich habe es doch genommen. Das ist doch nicht wahr. Du warst doch schon... Ach komm jetzt, das ist fies. Das ist echt fies. Dann habe ich es. Dann liegt es da und... Ne, es soll nicht sein. Ich bleibe hier, Freund. Spiel, du machst es mir gerade ein bisschen schwer. Ich bin auch böse raus, klar. So. Aber... Das ist echt ein bisschen sehr fies. Also... Dann triff ich einmal und dann reicht es nicht. Ich will dann zur Jagdhütte. Sobald wir da an dem Zug angekommen sind, gibt es diese Jagdhütte und da gehe ich jetzt dann hin. Mal ein bisschen rennen. Ich bin noch früh und ich bin noch fit. Aber wie ich ihn kenne, knickt er dann um. Oder... Schlimmeres. Ist das ein Hirsch? Den kann ich aber schlecht mit Steinen. Also... Oder ist das ein Wolf? Dann haben wir ein Problem. Ich kann nicht meine Hand fühlen. Ach... Ach komm. Soll ich den Stein wieder weg machen, ja? So... Wir wüssten ja sogar, wovor es denn will liegen, ne? Da irgendwo muss der Aussichtsturm sein. Dann... Ist er das? Jetzt seh ich ihn da richtig. Ist da oben? Seht ihr? Ist da? Aber wie soll ich da hin? Wie soll das denn gehen? Soll ich das probieren? Ich meine, der ist ja menschenerreichbar. Ich bin ja ein Mensch, also... Ist da ja schon ein verwertbarer Zusammenhang. So. Ich hoffe, das ist nicht vergebliche Mühe. Vor allen Dingen, weil ich ihn jetzt nicht mehr sehe. Da vorne ist er. Ach du liebes Bisschen, wie soll denn das gehen? Na, da rutsche ich wahrscheinlich runter und sterbe. Also, die zweite Episode lässt mich ein bisschen sehr im Stich. Ich meine, ich spiele auch selten dämlich. Da bin ich mir relativ sicher. Aber... Ja, ich soll da hinten hin. Einfach eine Schiene entlang und so weiter. Und dann ist am Schluss ein Wolf und der bringt mich um. Das ist nicht gut, weil ich habe keine Waffen und scheinbar auch keine Möglichkeit. Ja, aber da ist doch der Dings, hm? Da oben. Und da ist doch mit Sicherheit die Möglichkeit, was zu machen. Vielleicht ist er ja sogar ein Beil oder sogar ein Gewehr. Irgend so was muss es ja da geben. Ja, super. Komm jetzt. Was ist er denn jetzt? Wollte gerade sagen. Oh, sehr spannend. Da ist ja noch was. Da ist der Funkturm. Das ist der Aussichtsturm, zu dem ich will. Ich weiß nur nicht. Ja, das dachte ich mir. Ich verplemper hier Zeit. Ja. Was hast denn du? Sag mal. Was ist das für eine Paramide? Ist das die Zugspitze oder? Ne, Matterhorn. Wie ist Matterhorn sieht es aus? Das ist doch unmöglich. Also das wäre jetzt sehr unlogisch, wenn wir da nicht hinkommen, weil... Ja, komm. Ich stürze gleich ab und bin tot. Das da sollte gar nicht gehen. Okay. Jetzt kann er senkrechte Wände machen. Ne, also dieser Teil ist meiner Meinung nach nicht wirklich durchdacht. Lass mich raten. Ja doch, hier. Da ist eine Leite, eine Treppe, irgendwas. Irgendwas. Ah, ah. Das machen wir aber nicht. Was haben wir denn da unten? Den sicheren Tod. Da sterbe ich doch. Da hoch komme ich nicht, aber vielleicht da runter. Ich denke mir, kurz bevor ich unten bin, verletze ich mich mal wieder mit einem verstauchten und Knöchel oder ein Wolf springt rein. Ach, Leute. Wo ist es jetzt? Wo ist es jetzt, was ich wollte? Ja, komm, jetzt hör auf. Ja. Ich habe was gesehen und da will ich jetzt hin. Da sehe ich es wieder und jetzt komme ich da auch hin. Möglichst unverletzt. Ich fange trotz diesem kühlen, winterlichen Ambiente an zu schwitzen wie kein Mensch. Nein. 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 Nein, Leute. Das ist nicht wahr. Alles für die Katz mal wieder. Super. Nein. Entgleister Zug. Danke. Das könnte jetzt auch mein Gesicht beschreiben. Entgleister Zug. Ich habe entgleiste Gesichtszüge. Also den Aussichtszüge haben wir gesehen. Wir wissen auch, wir kommen nicht dahin. Was es da aber auch gibt, ist das Lagerbüro. Wir drehen um. Und versuchen zum Lagerbüro zu kommen. Und wenn das nichts ist, dann starten wir nochmal von vorne. Ach Gott, jetzt ist er müde. Also, ein bisschen angesäuert bin ich jetzt schon. Weil. Ja, wo soll das sein? Ich hätte gerne noch einen weiteren Anhaltspunkt. Irgendwas. Das da ist zu wenig. Das ist zu dünn. Aber jetzt haben wir eine Stunde schon mal nichts getan. Und eine Stunde ist viel Zeit. Und naja. Wenn das der Spielzeit des Spiels zugerechnet wird, dann... Ist das doof. Ich kann auch die Entfernungen auf dieser Karte nicht wirklich abschätzen. Aber wir gehen jetzt nach da und versuchen das Lagerbüro zu finden. Der Hirsch zeigt es an. Da ist es. Das war ja einfach. Und da wo das ist, ist es vielleicht noch mehr. Immerhin. Wir haben eine Bleibe. Mit Wölfen in der Nähe. Aber da dürfen wir ordentlich looten. Und da wird niemand sein. Hoffe ich. Ich denke mal, wir haben pro... ...Episode... ...immer nur einen. So. Lass mich raten. Abgesperrt. Juhu. Naja. Wir haben etwas erreicht. Ist da wohl kein Handy? Jetzt ziehen wir auch gleich an. Zeitungspapier. Kiste. Wo wir Kiste nehmen. Das ist schon mal sehr gut. Schnur. Alle Zeugshaken. Wow. Oh ne. Radio ist egal. Stopp. Oh ja. Leer. Schlaterne. Das ist gut. Nähzeugs ist auch gut, dass wir nie wieder dieses Hosenproblem haben. Metallschrott werden wir jetzt noch nicht brauchen. Waren wir da schon überall? Nein. Das ist okay. Okay. Ich bin ein bisschen versöhnt. Nehmen wir das zum Anlass. Schlüssel zur Seehütte. Ah ja. Okay. Das ist doch ein bisschen was zu tun. Jawohl. Bücher. Alles was ich mitnehme. Ah. Kekse. Das ist nichts. Das ist nichts. Alles was sich so mitnehmen lässt, nehme ich jetzt erstmal mit. Für Feuer ist das alles gut. Da hat schon jemand vor mir was gegessen. So. Wir gehen mal hoch. Und gehen das Gewehr holen. Zehn Minuten haben wir. Und ich mache kurze Pause. Bin gleich wieder da. Also morgen für euch. Okay. Okay.